Und willkommen zurück, ja, mit Bulli geht's weiter. Ja, letzte Woche gab's keine Videos, denn... Äh, neujahr war angesagt und dann ein bisschen Pause halt vom Bulli abgenommen. Ähm... Okay, ich dachte schon, ähm, des Weiteren werde ich jetzt Bulli nur noch, ähm, an bestimmten Tagen, beziehungsweise nur noch in der Woche machen, das heißt, ich hab am Wochenende halt immer Platze zwischendurch. Natürlich kann es dann passieren, dass ich dann, ähm, ähm, außerhalb der Woche, beziehungsweise am Wochenende auch noch mal machen werde. Werden wir dann mal sehen. So. Konnte ich denn noch mal rennen? Achso, mit E. Ja, ja, ja. Läuft alles. Äh, so, was haben wir hier? Das ist ein Zargebuch. Okay, mach mal dat. Gucken, was das... Oh, schon wieder. Ja. Hey, Beatrice, what's wrong? Two things. Firstly, my cold sores are totally acting up again. What? Ew, gross. Secondly, Mr. Hadrick saw me writing in my diary during class, and he took it and he locked it in his desk. And he says he's gonna give it to the principal tomorrow. If anyone sees what's in there, I will just die. Why? It's really personal. Yeah, well, nothing like having the whole school know your deepest secrets. Makes your teenage years go by in a flash. Yeah, well, you'll soon find out. Me? Why? In the diary, I talk a lot about you and me. What? There is no you and me. Yeah, yeah, there is. See, first you rescued my notes from Mandy, and then we fell in love, and you brought me flowers, and wrote me poetry, and showed this kinder, sensitive side that soon the whole world is gonna know about. We're like doomed lovers. Enough! Okay, I'll get your book back. Then we can kiss. The cold sores aren't contagious once they start to scab over. Oh, lecker, ey. Wirklich, lecker, lecker, lecker. So, behalmen wir uns. Das Tagebuch zu holen. Aber ich will die doch nicht küssen. Äh, nee, so nicht. Wo müssen wir denn da rein? Aber irgendwie... Bei jedem anderen Spiel ruckelt sich. Nein, hier nur. Warum immer bei Rockstar Games? Naja, ist ja auch egal. Ich komme damit klar. Ich kann da mal kurz in Options reingucken. Ach, geil. Irgendwo ist doch da der Fehler. Nee. Das andere kann ich auch hier wirklich nicht einstellen. Laden, Options, Steuerung, Upgrades, Statistik. Das ist wirklich komisch bei dem Spiel. Das man kaum was einstellen kann. Okay, wir können einfach so klettern, ohne dass irgendeiner was interessiert, was wir hier machen. Naja. Ah, ja. Zwei von zwei G-Karten. Fick dir hier fest. No. 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 Hey, where's your pad? Ich muss hoch. Okay, da kommt jetzt einer. Nee, der ist nicht vertrauenswürdig, da lang zu gehen. So, da hinten ist einer. Der geht jetzt da rum, das heißt, wir können da oben verschwinden. Und hier reingehen. Da reingehen, habe ich gesagt. Schade. Schnell, 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 schnell. Klock. Dann suchen wir mal schön. Haben wir es gefunden? Jackpot. Bla, 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 bla. So, wir können nur verlassen. Aha. So. Das gleiche Spielchen jetzt zurück hier. Warum dürfen die anderen hier rumlaufen und ich nicht? Was ist das denn für eine Frechheit? Achso, ich kann hier noch rumlaufen, aber bestimmt nur bis 23, oder? Ah, scheint so zu sein. Bringen wir mal, Patry ist hier ihr komisches Tagebuch wieder. Dann ist es glücklich und zufrieden. Nein. Ja, ich bin bestimmt auch noch glücklich. Danke, dass du mein Partner für dieses Projekt zu sein. Und fertig. So. Ich weiß gar nicht, gibt es hier eine Karte? Eine Karte? T. Inventor. Äh, nö. Steuerung vielleicht. Kartenmenü. Tabs. Ähm. E ist Summen. Da ist noch ein Stern. Und? Wo ist denn rot? Wo ist denn rot? Achso, so kann man es scrollen, alles klar. Da, okay, das wird wohl der Boxgub sein. Aber das können wir wohl erst morgen früh machen, nachdem wir alle Dinge an der Schule wieder erledigt haben, sprich Unterricht. Sobald wir halt den ganzen Unterricht alles allgemein fertig haben, wo ich sowieso gerade mal schauen wollte, wenn das hier, glaube ich, bei Statistiken ist. Nö. Ah, das ist immer hier ein bisschen komisch hier. Pickups, nö. Nö, nö, nö. Auf jeden Fall konnte man doch hier irgendwo sehen, 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 nö. Zurück. Ah, da, Sport haben wir noch dreimal. Fächer, Chemie und Kunst. Oh, ist das geil. Ach ja, ist das geil runter zu scrollen. Naja, Hauptsache Fotografie haben wir noch. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Und Englisch irgendwo auch noch. Ja, Hauptsache wir kriegen die ganzen Fächer fertig. Es scrollt nur so langsam irgendwie. Naja, ist alles gut. So, dann gehen wir mal schlafen. Was ist denn da? Ach, guck mal, Bilder von Patrice und Astros Shirt von Russell. Ist mir da nicht aufgefallen. Vielleicht hängt die Wand nachher voll irgendwie von Ereignissen, die wir schon gemacht haben. Keine Ahnung. So. Ich könnte ja eigentlich in die Stadt gehen, aber ich will... Oh, da hinten ist wieder was Neues offen. Okay. Wo ist das denn diesmal? So, alles in der Stadt. Alles klar. Oh, sorry. Warten wir mal ab, was denn hier passiert, wenn wir jetzt gleich wieder Unterricht haben. Was denn da für Unterricht gibt für uns? Was haben wir denn hier? Okay, nix besonderes. Nix besonderes. Also ich will sie, nein, ich beleide sie auch nicht, warum auch. Ah, guck mal, die greifen mich auf jeden Fall nicht mehr an, wie man sieht. Ich bin bestimmt an dem Kampf von Russell, beziehungsweise den wir gewonnen haben gegen Russell. Alles gut? Hallo. Ich will dich, wenn du hier bist. Ah, das sieht nach Sport aus. Ich will dich an das. Sport ist immer gut. Aber was danach kommt, weiß ich natürlich auch nicht. Müsst du mir mal auch irgendwie aufschreiben, was... Was ist das denn jetzt? Hä? Was haben wir denn da für einen Unterricht? Arbeitslehre? Okay. Gem, geh an der Fahrzeugstation. Warte, ich kann nicht auf Fahrzeug arbeiten? Fahrzeug sind für Senioren. Du musst gehen, bevor du gehen kannst, Boyo. Ah, zumindest komm mal mit unserem Fahrrad ein bisschen rumschrauben. Was wirst du denn da machen hier? Los. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Well, you screwed up there, son. Try again. Hä? Not too shabby, Hopkins. Ach, es... Oh, ist doch blöd, ey. Oh, das ist doch ein bisschen komisch hier. Muss man sich aber daran gewöhnen. Ja, durchgefallen. Geh doch nach Hause, du. Ah, die Ziele mal Jahre später. Es ist doch gleich irgendwann wieder Unterricht. Es lohnt sich nicht, da hinten hinzulaufen. Oh. 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 Cha-cha, das wollte ich eigentlich nicht. Naja, kann man nur passieren. Ich hoffe, dass ich hier ausweichen kann. Scheint so, ich kann hier auch... Kann das nicht mehr weggehen? Die Props. Puh. Jetzt sind wir jetzt alles weggegangen hier. Halt die Klappe, do. Schon wenn ich den Boxclub hier fertig habe, dann sind sie auch zufrieden zu mir. Oder friedlicherweise. Ah, was haben wir denn jetzt? Halt die Klappe! Ah, egal. Abmarsch in Unterricht! So, 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 so. Halt die Klappe! Weil heute sollte eigentlich noch eine Bulli-Folge raus, beziehungsweise wenn ihr die, glaube ich, kriegt, wird's später. Und dann... Ich nehme jetzt gerade so eine Stunde auf, beziehungsweise mache ich jetzt eine Stunde, Bänder und lad's hoch und dann auf jeden Fall wird die nächsten Tage erstmal fahren. Ist auf jeden Fall besser, als wenn ich jetzt gar nichts für heute hochlade. Ja, Schwänzen... Du, bist du, Klaas? Willkommen zur Fotografie, Klaas. Ich bin Miss Phillips. Ich werde deine Kameras in der ersten Anwendung geben, in einem Moment. Na, das ist genau das Beste, was ich hier haben wollte. Was machen wir? Wie viele müssen wir denn machen? Fünf, ähm... Gutes Foto. Und weiter geht's! So, da haben wir die nächsten Schulflaggen, da drüben. Und die anderen drei sind alle da hinten irgendwo. Okay, machen wir das mal. Zack hier rum. Ah. So, Foto machen und... Gutes Foto. Dankeschön und schnell außen rum. So, schnell gehen wir mit dem Fotografieren. Obwohl, wir haben ja noch genug Zeit. Da... Da hinten hängt die nächste Flagge, sehe ich. Oh, komm, geh mal weg. Oh, hi! Ich habe was anderes zu tun. So. Danke, gutes Foto. Ach, die letzten werden wir irgendwo bei der Sporthalle oder so sein. Können wir schon irgendwie hin. Da hinten sehe ich die nächste. Die kriege ich auch bestimmt von hier. Was hat die denn gemacht, weil die gerade versucht zu boxen? esses. Wie vielmals? Ich bin hier.